Richtung Erfield. Bis jetzt ist doch keiner da. Doch, da sind ganz viele. Was für ein Erfield? Er lacht für diesen kleinen Dorf hier im Süden. Das kleine Ding mit den zwei Häusern davor, mit den zwei Weißen. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Oh fuck, da kommt ein komplettes Team runter. Die landen rechts. Rechts, rechts. Da sind auch welche. Komm mal links, komm mal links. Hier unten ist ein kleines Camp. Hier unten ist bei mir ein kleines Camp. Hier, komm zu mir. Komm zu mir, da ist keiner. Hier ist ein kleines Camp, da haben wir wenigstens so eine Chance. Ich weiß nicht, ob du sagst, meinst, was ich mein. Ich bin hier unten gelandet jetzt. Zum Duli ist auch unten? Ich bin woanders. Ja, nice. Ja, ich komme mal zu euch. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin doch der Rebadia. Ich bin tot. Wo bist du hier gelandet? Im Supermarkt. Alter, ich habe gesagt, beim kleinen Camp und er landet im Supermarkt. Was ist los mit dir, Junge? Ja, weil die erste Aussage war... Ja, aber ich konnte doch auch noch umdrehen. Ich habe es doch auch noch geschafft. Ja, aber ich war schon fast unten. Hä, du warst auf der gleichen Höhe wie ich. Ich habe dich doch gesehen. Wo mir gesagt wurde, weiße Dächer, wenn ich mit W und AD die ganze Zeit drücken... Ich habe ja gesagt, umlenken, weil hier gefährlich. Ja. Sander, wohin? Ich habe eine Piste. Hm? Wohin jetzt? Ich habe nur eine Piste. Ja, wir müssen jetzt einfach mal irgendwo erstmal abhauen hier. Vorne ist irgendwo eine Stadt. Am besten hauen wir Richtung Westen ab. Ja, eigentlich sind vor der Herde. Da ist nämlich eine Stadt. Ja. Ja, da sind die ganzen Spiele, aber die werden sich jetzt auch verteilen. Ja, Suppen, Nulli, dann ähm... Ja, keine Ahnung, ich spiele jetzt das Match noch zu ändern. Kannst du mit der Sie anfangen oder was? Ich war es dann noch ein bisschen. Okay. Ich muss eh noch mit Burley dann drehen. Okay. Oh, ich habe eine Kiste erhalten. Wo steht das? Ja, ich blink gerade. Pad auf meinem Bildschirm auf. Und ich level ab. Hm, Stimmungsbombe. Der Suppen-Goliker hat ein echtes Talent dafür, immer das zu machen, was entgegen der Gruppe spricht. So, man sagt, ich bleibe jetzt am Haus und er rennt einfach auf die Straße. Oder lass uns beim Camp landen und er landet beim Supermarkt. Links von uns wird geballert. Ja, egal, ich schaff's auf. Komm mit. Wer hat das richtig laufen? Hm? Wer hat das richtig laufen? Äh, Richtung Westen, ja. Richtung Westen kommt die Stadt. Dauert halt einen kleinen Moment, ne? Da dahinten ist er. Äh, Fabi-Plays, alles klar, hau rein. Schön, dass du dabei warst, Mann. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut. Jo, ist richtig nice, ey. Heute war echt heftig, ey. Irgendwie auf Höhe waren dreieinhalbtausend Zuschauer dabei. Und fast 100 Subs haben wir heute gemacht. Schon richtig nice. Jo, tausend neue Follower, ey. Schon ein krasser Tag heute gewesen. Ja, ich muss eine Tagestelle machen. Ja, können wir machen. Wenn da halt keiner gelandet ist, dann haben wir da auf jeden Fall safe irgendwas. Das ist halt einfach nur Glück. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ja, hier ist gelootet. Nicht mal ne fucking Piste. Wie kommt's mit? Wo willst du denn? Achso, aber jetzt ist der Stadt, ne? Ja, ja, hier ist noch die Stadt, oder? In die Richtung. Ja, hier, wo ich gerade langlaufe. Ja, genau. Wir müssen übrigens Richtung Süden. Ja, wir sind ja grob noch drin. Passt. Auto? Na ja, heute spiele ich keinen Craft Tech 4 mehr. Wo? Links habe ich was gehört. Sehe es gerade aber nicht. Ne, das sind Flugzeuge, Mann. Ne, da war was. Ich weiß noch nicht wo. Da hinten rechts laufen drei. Zwei Leute. Rechts sind zwei Leute gelaufen. Wo rechts? Hinter der Mauer? Weit weg, weit weg, weit weg noch. Da hinten, ich seh sie. Ja, lass weiter links laufen. Ich hab nur ne Pistel. Wollen wir hier irgendwo hinzend rein. Ja, hier, 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 hier. Geh mir rein. Ich mach die Tür zu. Ne Machete. Na klar. Ja gib mir die, Alter. Irgendwas brauch ich doch. Pistel, hier braucht nicht die Pistel. Die werden jetzt gleich hier rechts irgendwo kommen. Also aufpassen. Komm mit. Vorsicht. 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 Auto, direkt vor der Tür. Wolli. Hier hinten ist ne Eier, Zander, hinter dir. Nice. Zander. Was? Ne, direkt hinter uns. Hätte ich auch die Tür zugemacht. Haben. Ich hab's beide. Ich muss mich verarzten. Au. Ist da noch einer? Ja. Der hat ne Shotgun. Verarzt du dich einmal? Hab ich einmal. Ich muss mich nochmal. Digga, ich bin am Arsch. Ich umlaufe ihn. Warte, ich mach die Tür auf. Ich mach die Tür auf. Hast du? Tot. Er hat 5 AP. Er kommt wieder zu dir. Pick ihn. Hol ihn dir. Er steht hinter dem. Nice. Ab. Ab. Ja, ich brenne. Ich brenne. Die Entdeckung direkt. Instant, äh, Dingens. Oh, Alter. Wir haben zwei Leute geholt, Zander. Ich hab drei geholt, Mann. Drei? Ah, stimmt. Ich hab... Ja, stimmt. Auto. Vorne Hauptstraße. Kreuzung. Dreht. Fährt die Straße lang, wo wir hergekommen sind. Fährt raus. Noch ein Polizeiauto. Alter. Okay. Fuck, Mann. Ich hab ihn nicht getroffen. Er ist die ganze Zeit hin und her gerannt und hat mit der Shotgun auf mich geballert. Ich hab nicht getroffen. Ich hätte ihn so holen können.